Hisako Kakehi sieht sich, Millionärin und stets an der Seite von wohlhabenden Lebenspartnern, soll drei Männer ermordet haben und wird nun erhängt. Ein Gericht im japanischen Kyoto hat eine mutmaßliche Serienmörderin zum Tod verurteilt, schreibt die japanische Times. Der 70-Jährigen wurde dreifacher Mord und ein Mordversuch vorgeworfen. Sie hatte laut Anklage drei ältere Männer, darunter ihren Ehemann, Mitsuyani, vergiftet, um an die Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Durch Zahlungen von Lebensversicherungen habe die Frau über zehn Jahre hinweg umgerechnet 7,7 Millionen Euro kassiert. Die schwarze Witwe hatte im Laufe des Prozesses ein Teilgeständnis abgelegt. In Japan kann die Todesstrafe durch den Galgen verhängt werden. Japan und die Vereinigten Staaten sind die einzigen Industrieländer, in denen die Todesstrafe weiterhin verhängt werden darf. In Anlehnung an die Spinne, die nach der Paarung ihren männlichen Partner auffrisst, wird die 70-Jährige in japanischen Medien als schwarze Witwe bezeichnet. Trotz zahlreicher Proteste der EU-Staaten und Menschenrechtsgruppen befürwortet die große Mehrheit der Japaner die Todesstrafe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017